Stiefel, wo haben wir sie? Wie sieht das denn hier aus? Jawohl, wenn das keine Rockerträter sind, dann weiß ich es nicht. Ja gut, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Das ist was. Gibt es nicht viel, was man bei den Männern machen kann, was man dann auch sieht. Die Ohrringe sind durch die Haare verhängt, die Armbänder hier leider genauso. Durch die Joppe. Ja komm, ein Ring kann er kriegen. Was ist hier so ein richtig schöner Prolitten? Bisschen neutraler. Jawohl, keine Bundeswehrsocken. So, okay. Dann finde ich, alltagstechnisch sieht der Junge schon ganz nett aus. Okay, gucken wir uns die Abendgarderobe an. So, 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 ja, künstlerisch finde ich, ne? Ne, was gibt es denn hier an Anzügen? Outfits, genau, warte mal. Ja, hier so eine Michael Jackson Tapete. Ne, 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 ne. Ne, ne, hier, das ist doch ganz... Wobei, da sieht er aus wie ein Glas Milch. Hier nehmen wir mal hier die graue Variante. Ja, das ist doch ganz nett. Porträter brauche ich natürlich entsprechend. Was ist das hier mit so italienischen Tanzslippern? Oder dann doch die Stiefel-Variante, wie mit schwarzen vielleicht. Ah, ne, das sind Krokodil-Stiefel, okay. Ja, passt zum Anzug, okay. Gut, äh, da gibt es auch keine Accessoires, die... Bei den Frauen gibt es wenigstens Ketten oder Halsbänder, blablabla. Gibt es bei den Männern leider gar nicht, okay. Gehen wir auf die Schlaftapete. Ähm, da nehmen wir hier ganz standard schlicht. Ja, genau, so sieht das aus. Hose, kurz und schmerzlos, wunderbar. Hätten wir das auch geklärt, Sportbekleidung. Ui, Sportbekleidung, Sportbekleidung, Sportbekleidung. Hier so ein kleiner, so ein Schlumpf. Okay, nehmen wir. Zack, okay. Ein paar vernünftige Turnschuhe. Ja, ihr seht schon, rot ist meine Farbe, die wird ihr auch gleich kriegen. Wobei, das sieht ein bisschen bescheiden aus. Blau, blau, okay. Hier gibt es aber noch ein paar Socken, damit die ganze Sache nicht zu sehr an Schwitzen fängt. Juppa, ein paar gute Ringeln, nee, 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 nee. Komm, ja, Standard ist schon okay. So, das war die Badebekleidung, machen wir jetzt. Zawupp, gibt es eine ganz normale Badehose, jawohl, ja. Was haben wir, doch ein Tattoo auf die, nee, 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 lassen wir mal. Okay, dann kommen wir jetzt, nachdem wir diesen ganzen äußerlichen Quatsch abgekaspert haben, zu den Persönlichkeitsmerkmalen. So, wie schon gesagt, der Ganze soll Musikkarriere machen und Künstlerqualitäten und bla bla bla. Deswegen brauchen wir ganz wichtig ein Virtuose. Virtuosen verfügen aber eine natürliche Begabung für Musik, bla bla bla. Sie lernen schnell und können jede Menge Trinkgeld verdienen. Darum geht es letztendlich, denn ab einer gewissen Stufe des Instrumentes gibt das schon ganz gut Kohle. Und insofern, ab zu den Virtuosen. So, wir sagten, er soll auch eine Star-Qualität haben, weil er soll ja nach oben. Insofern braucht er eine gewisse Star-Qualität. Sie stehen auf das Rampenlicht und bla bla bla. Ja, die arrogante Pose passt schon. So, dann hätten wir das. Wo man weiterhin viel Geld mitmachen kann, ist die Aktion Künstlerisch. Denn wenn man erst mal ein paar Bilder gemalt hat, das steigert sich hinterher bis richtig gute Summen. Und wie gesagt, Manichit gibt es nicht. Der Junge wird genug Talent haben, um das ohne den zu schaffen. So, da haben wir das, da haben wir das. Was, ähm, ich glaube, das Schöne an den Computerfreaks ist, die können auch ziemlich gut hacken. Insofern werden wir auch einen Computerfreak machen. Was so ein richtiger Musiker ist, hängt sowieso nur an der Gitarre und Klavier oder sonst wo. Gut, und geschickt wäre ganz gut, dann kann er seine Sachen selber reparieren. Allerdings... Ah, ne, ich glaube, ich nehme einen... Oder nehme einen Genie. Wir machen noch einen Genie. Sind Meister, äh, Brillanten, Denken, Schach und so weiter und Hacker, genau. Das ist eine gute Kombination, um Geld zu verdienen. Äh, bingo. Okay. Schießen wir das ab. Lebenswunsch, Erfolgskomponist, Meister der Künste, Allensin, Band, Angesehener, Regisseur, Forensisch, bla bla bla. Wir nehmen den Meister der Künste. Das bedeutet, mal eine Reihe, Fähigkeit, Perfektionieren, Gitarren, Fähigkeit, Perfektionieren. Das klingt schon mal gut. So, die Lieblings-Mangare. Also ein echter Rocker steht natürlich auf Junkfood. Hamburger. Wobei Spaghetti ist auch mal eine coole Sache. So, Rock und Pop technisch. Elektro finde ich eigentlich ganz abgefahren. Allerdings, Pop ist das rockigste, was ich hier bei den Sims so finden kann. Lieblingsfarbe Rot. Gut, Stimme. Shaboo. Alright. Sango Mazo Toy. Ja, die klingt auch ganz so viel. Sternzeichen haben wir schon automatisch die Fische. Nehmen wir die auch. Und dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, gucken wir uns den schönen Mann noch mal an. Richtig. Er braucht einen Namen. Nomen ist Omen. Und wir nennen den ganzen Knaben Amadeus Rockstein. Wobei wir Stein mit Y schreiben. Amadeus Rockstein. Rockstein. So, Musiker-Schauen, bekanntlich das Tageslicht. Insofern ein bisschen heller. Körpergewicht ist erstmal okay. Muskel. Ja, so eine kleine Kante. Der Gitterero von Alice Cooper war, glaube ich, auch ein ziemlicher Muskelmann. Okay. Waschbrettbauch für die Ladies. Okay. Wobei ich habe noch übersehen... Wir nehmen den Computer-Freak mal raus. Er soll ja auch eine Menge Groupies haben. Und als Groupie-König sollte man schon mal genügend Kuss-Spezialitätsfähigkeiten verwenden. Ja, das ist auf jeden Fall okay. So, dann gucken wir uns den ganzen Jungen noch mal in seiner ganzen wahren Schönheit an. Grund der Alltagsklamotten. Ich sagte, Alltagsklamotten. Ja. Wundervoll. Okay. Können wir mit leben? Amadeus Rockstein. Wir schießen dich ab. So. Auf Dauer werde ich noch ein paar weitere Sims gestalten. Ach so, Lebenswunschschwelle, blablabla. Haben wir doch schon gesagt. Hier, Meister der Günste. Amadeus Rockstein. Ab dafür. Bernard Dorn. Bernard Dorn. Genau. So. Ready for Rock'n'Roll. Okay. So, dann schauen wir uns die Stadt mal an. Gesehen haben wir sie ja schon. Genau, wähle einen Platz zum Leben. Ich bin eigentlich immer mit diesem Apartment hier ganz gut gefahren. Das ist auch eigentlich ganz gemütlich, finde ich. Wir nehmen das unmöbliert, weil das richtig lieber selber ein mit den wesentlichen Dingen, die für einen Musiker zentral sind. Deswegen kaufen wir das Ding mal. So, du bist bereit zum Sims spiegeln. Du kannst ja noch weitere und so weiter. Wollen wir nicht. Wir gehen in Medias Res. Ergo rein in den Laden. So. Ja, nun mach er dir. Nun mach. Das dauert, ey. Mann, 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 Mann. Okay. So. So, da sind wir mit dem ganz guten Jungen. Und wir werden jetzt als erstes mal hier einen kleinen Break machen. Bevor wir dann die Stadt erobern, werde ich das Ganze jetzt mal speichern. Jawohl. Name nennen wir mal Amadeus. So. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, hoffe ich, dass ihr Interesse daran habt zu sehen, wie der gute Amadeus Rockstein seinen Weg nach oben machen wird. Und würde sagen, ich freue mich, wenn ich euch im zweiten Teil sehe. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ciao, ciao. Sie lernen schnell und können jede Menge Trinkgeld verdienen. Und darum geht es letztendlich. Denn ab einer gewissen Stufe des Instrumentes gibt das schon ganz gut Kohle. Und insofern ab zu den Virtuosen. So. Wir sagten, er soll auch eine Star-Qualität haben. Weil er soll ja nach oben. Insofern braucht er eine gewisse Star-Qualität. Sie stehen auf das Rampenlicht und bla bla bla. Ja, die arrogante Pose passt schon. So, dann hätten wir das. Wo man weiterhin viel Geld mitmachen kann, ist die Aktion Künstlerisch. Denn wenn man erst mal ein paar Bilder gemalt hat, das steigert sich hinterher bis richtig gute Summen. Und wie gesagt, Manichit gibt es nicht. Der Junge wird genug Talent haben, um das ohne den zu schaffen. So, da haben wir das, da haben wir das. Ich glaube, das Schöne an den Computerfreaks ist, die können auch ziemlich gut hacken. Insofern werden wir auch einen Computerfreak machen. Was für ein richtiger Musiker ist, hängt es wie so nur an der Gitarre und Klavier oder sonst wo. Gut, und geschickt wäre ganz gut, dann kann er seine Sachen selber reparieren. Allerdings, ich glaube, ich nehme ein Genie. Wir machen noch ein Genie. Sind Meister, Brillanten, Denken, Schach und so weiter und Hacker, genau. Das ist eine gute Kombination, um Geld zu verdienen. Eeeh, bingo. Okay, schießen wir das ab. Lebenswunsch, Erfolgskomponist, Meister der Künste, allen Sim-Band, angesehener Regisseur, Forensisch, blablabla. Wir nehmen den Meister der Künste. Das bedeutet, Malerei, Fähigkeit, Perfektionieren, Gitarren, Fähigkeit, Perfektionieren. Das klingt schon mal gut. So, die Lieblingsmanjara. Also ein echter Rocker steht natürlich auf Junkfood. Hamburger. Wobei Spaghetti ist auch mal eine coole Sache. So, Rock- und Pop-technisch, Elektro finde ich eigentlich ganz abgefahren. Allerdings, Pop ist das rockigste, was ich hier bei den Sims so finden kann. Lieblingsfarbe Rot. Stimme. Shaboo. Alright. Zangl-Mazzo, toll. Ja, die klingt doch ganz so viel. Sternzeichen haben wir schon automatisch die Fische. Nehmen wir die auch. Und dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, gucken wir uns den schönen Mann nochmal an. Richtig, er braucht einen Namen. Nomen ist Omen. Und wir nehmen den ganzen Knaben Amadeus Rockstein. Wobei wir Stein mit Y schreiben. Amadeus Rockstein. So, Musiker-Schäumen bekanntlich das Tageslicht, insofern ein bisschen heller. Körpergewicht ist erstmal okay. Muskel. Ja, so eine kleine Kante. Der Gitterero von Alice Cooper war glaube ich auch ein ziemlicher Muskelmann. Waschbrettbauch für die Ladies. Okay. Wobei ich habe noch, wir sehen. Wir nehmen den Computerfreak mal raus. Er soll ja auch eine Menge Stiefel. Wo haben wir sie? Wie sieht das denn hier aus? Jawohl, wenn das keine Rockerträter sind, dann weiß ich es nicht. Ja gut, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Was ist was? Gibt es nicht viel, was man bei den Männern machen kann, was man dann auch sieht. Die Ohrringe sind durch die Haare verhängt. Die Armbänder hier leider genauso. Durch die Joppe. Ja, komm, ein Ring kann er kriegen. Was ist hier so einen richtig schönen Prolitten? Nee, ein bisschen neutraler. Jawohl. Keine Bundeswehrsocken. So, okay. Dann finde ich alltagstechnisch sieht der Junge schon ganz nett aus. Okay. Gucken wir uns die Abendgarderobe an. So. Sowieso. So, so. Ja, künstlerisch finde ich. Boah. Ne, was gibt es denn hier an Anzügen? Outfits genau, warte mal. Hier so eine Michael Jackson Tapete. Ne, 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 ne. Ne, hier das ist doch ganz... Wobei, da sieht er aus wie ein Glas Milch. Nehmen wir mal hier die graue Variante. Ja, das ist doch ganz nett. Vertreter braucht natürlich entsprechend... Ich sehe das hier mit so italienischen Tanzslippern. Oder dann doch die Stiefel Variante. Hier mit schwarzen vielleicht. Ah, ne, das sind Krokodilstiefel. Okay. Ja, passt zum Anzug. Rupis haben und als Rupi-König sollte man schon immer genügend Kuss-Spezialitätsfähigkeiten ver... Ja, das ist auf jeden Fall okay. So, dann gucken wir uns den ganzen Jungen nochmal in seiner ganzen wahren Schönheit an. Unter Alltagsklamotten. Ich sagte Alltagsklamotten. Ja, wundervoll. Okay. Können wir mit leben? Amadeus Roxtin, wir schießen dich ab. So, auf Dauer werde ich noch ein paar weitere Sims gestalten. Achso, Lebenswunsch, Schwölle, bla bla bla, haben wir doch schon gesagt. Hier, Meister der Günste, Amadeus Roxtin. Ab dafür. Bernard Dorn. Genau. So. Ready for Rock'n'Roll. Okay. So, dann schauen wir uns die Stadt mal an. Gesehen haben wir sie ja schon. Genau, wähle einen Platz zum Leben. Ich bin eigentlich immer mit diesem Apartment hier ganz gut gefahren. Das ist auch eigentlich ganz gemütlich, finde ich. Wir nehmen das unmöbliert, weil das richtig lieber selber ein mit den wesentlichen Dingen, die für einen Musiker zentral sind. Und deswegen kaufen wir das Ding mal. So, du bist bereit zum Sims spielen. Du kannst ja noch weitere und so weiter. Wollen wir nicht. Wir gehen in Medias Res. Ergo rein in den Laden. So, okay. Gut. Da gibt es auch keine Access Wars. Bei den Frauen gibt es wenigstens Ketten oder Halsbänder. Da gibt es bei den Männern leider gar nicht. Okay. Gehen wir auf die Schlaftapete. Da nehmen wir hier ganz standard schlicht. Genau, so sieht das aus. Hose, kurz und schmerzlos. Wunderbar. Hätten wir das auch geklärt. Sportbekleidung. Sportbekleidung, Sportbekleidung, Sportbekleidung. Hier so ein kleiner, so ein Schlumpf. Okay, nehmen wir. Zack, okay. Ein paar vernünftige Turnschuhe. Ja, ihr seht schon. Rot ist meine Farbe. Die wird ihr auch gleich kriegen. Wobei, das sieht ein bisschen bescheiden aus. Blau. Blau. Okay. Hier gibt es aber noch ein paar Socken, damit die ganze Sache nicht zu sehr an Schwitzen fängt. Juppa. Ein paar rote Ringeln. Nee, 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 nee. Der Standard ist schon okay. So, das war die Badebekleidung. Machen wir jetzt. Savupp. Gibt es eine ganz normale Badehose. Jawohl, ja. Was haben wir? Das ist ein Tattoo auf die... Nee, nee, nee. Lassen wir mal. Okay. Dann kommen wir jetzt, nachdem wir diesen ganzen äußerlichen Quatsch abgekaspert haben, zu den Persönlichkeitsmerkmalen. So, wie schon gesagt, der Ganze soll Musikkarriere machen und Künstlerqualitäten und bla bla bla. Deswegen brauchen wir ganz wichtig ein Virtuose. Virtuosen verfügen aber eine natürliche Begabung für Musik. Bla bla bla. wie wir das machen, Vielen Dank.